hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren folge minecraft together auf dem damakaschaber mit as reiter ja hallo und recht herzlich willkommen knolle und auch an die zuschauer ihr seht die sonne ist gerade aufgegangen und da ist norden ok da ist norden so ich habe nachgeguckt ich konnte nichts finden weil wir das am letzten angekündigt wo der altar steht das konnte ich jetzt nicht finden dass das irgendwo im norden osten oder sonst wo sein soll spielt gar keine rolle spielt gar keine rolle der alter hatte so eine eigene position früher stand er mehr in der kirche mitten mitten irgendwo drin dass man drum herum stehen konnte und er ist dann doch später an die wand gewandert das habe ich rausgefunden wo jetzt hier von minecraft aus jerusalem ist das ist eine gute frage von deutschland aus wäre jerusalem im südosten ja das wäre in diese richtung und dann nach da also über das wasser ja also ich würde jetzt mal ganz einfach sagen der altar zeigt nach jerusalem oder sowas was 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 ich ja schon mal gesagt hatte wenn wir hier die kirche bauen kathedrale bauen dann würde ich gerne vor der kathedrale ja eine brücke machen und da sollten wir uns überlegen wie die brücke am besten hier rüber geht das ist nämlich vielleicht das entscheidende und da sollten wir uns erst den übergang hier angucken wo am besten die brücke rüber geht und mir kommt schon fast vor als ob das hier in dieser einbuchtungsstelle eigentlich wäre hier eine brücke rüber zu haben in dem sinne ja aber ich denke mal nach hinten weil da hinten ist das dorf auch wenn du meinst nach da also wir müssen ja gucken dass wir klötzchen technisch rüber gehen ja ich kann ja mal zeigen wie ich das meine also dann würde die brücke hier sein oder wie hierüber kann auch schräg machen eine schräge brücke okay wenn du die konstruieren willst ich finde sie wahrscheinlich schöner wenn sie hier so rüber gehen würde dann würde hier natürlich auch gehen sag ich meine weil drüben ist das land etwas gerade und hier geht eigentlich auch noch dass wir hier eine brücke rüber machen so ich denke mal dass sie drüben die brücke drei felder breit ist und dann das geländer nehmen dann reicht oder das heißt wir bilden jetzt hier sollst du noch holzbrücke machen ja ich würde sie auch stein machen wollen passend zur kathedrale dann muss das stein machen dann müssen wir mal stein sammeln oder noch gekocht einen hasen was ne 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 muss erst mal steine raus machen ja wir müssen ja ein bisschen höher gucken wir hier links naja lass den mal sitzen der passt schon wir müssen ja eine etage höher das heißt die brücke muss ach so du meinst das so wir machen ein paar steine ich will auch spielen warte mal ich komme gerade ins inventar nee da sind noch nicht mal so viele drin ich dachte da wären mehr hast du sie so also so würde ich jetzt sagen dann ist das ja die lauffläche in dem sinne oder und da wäre das geländer oder das ist ein zu wenig ja das geländer machen wir aus steinzaun ja das müssen wir dann ach ich hab jetzt gar keine dingens in der hand sehe ich gerade irgendwie so habe ich schon eine spitzhocke habe ich gar nicht mit sehe ich gerade das ist ja auch gut gelaufen da muss ich erst noch alles basteln so weg doch zack zack so geht das dann weiter oder wie ja da müssten wir hier den boden austauschen aber das können wir später machen ich wollte erst mal die brücke bauen gut wir müssten so die brücke haben du kannst die brücke machen und ich baue die kathedrale fange ich im endeffekt an ich sag mal wo bis zur kiste hierhin wo ich jetzt stehe ungefähr werden vorplatz oder von der brücke ein vorplatz so ein stück ne ja und hier müssten wir irgendwie warte mal sag mal wo ist die mitte von deiner brücke 3 sollte die brücke sein im endeffekt drei breit so als laufweg also wäre das jetzt hier die mitte ja hatte so sollte die brücke dann werden dass sie so sag ich mal zuläuft dass sie dann nachher vielleicht nur noch einfällt also das ist die mitte sozusagen von der brücke jetzt ja gut dann lassen wir den stein da mal gerade stehen weil ich finde die brücke sollte auch ein bisschen höher dann kriegen ja man kann sie natürlich auch so anlegen dass sie drüben auf einer ebene müsste man mal auf einer seite gucken wie sie da am besten ankommt ich mache jetzt einfach mal acht treppen so das heißt na das ist sozusagen der anfang und da mal hin so ich bin jetzt vielleicht schon wieder keine steine mehr gut okay das wäre hier unser vorplatz hier fängt irgendwo eine treppe vielleicht an die in die obere etage geht von außen so eine freitreppe sagt man dazu glaubt ne oder keine ahnung da müsste man mal gucken das wäre die wand von der kirche in dem sinne so jetzt ist aber doppeltür hast du noch steine da soll ich steine ernten wir müssen jetzt irgendwie ernten denke ich habe zwar jetzt noch 20 aber die baue ich erstmal gerade denke ich noch ab ich ernte auch immer steine du hast auch keine spitzhacke spitzhacke fehlt mir auch genau muss ich auch noch basteln mach ich schon ich habe nur eine axt dabei so oh knollert den erfolg glück auf er zählt zwei habe ich erzielt und noch fortschritte eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn so hier muss ich mal gerade jeder von der die markierung hin machen danke das ist ein revier markieren sieben acht neun passt so das wären jetzt die so ich mache jetzt zehn schritte ich gehe mal hinten zum berg eins zwei drei vier fünf fackeln fackeln habe ich noch so eins zwei drei vier gut dann gut passt eins zwei drei vier da muss einer hin so der kann dann eigentlich wieder weg oder so jetzt wird's tricky alles wir gehen jetzt in die höhe eine schippe brauche ich wohl noch ich habe eine also ich habe zwei insgesamt das heißt ich komme gerade nochmal rüber wo bist du hier bin ich da ist die kathedrale ansätze ok danke da muss ich erstmal die schippe da haben die axt kommt an der seite so da muss ich nochmal zählen eins zwei drei vier fünf sechs acht neun das sollte passen das ist gut so dann ist sie da eigentlich also wechselt hier ein baum war der da schon immer weiß ich nicht ich habe keinen gesetzt wenn ich einsätze ihn hatte da ist noch da ist noch irgendwo was oder ne noch nicht oh da ist noch heißen ganz übersehen passt so jetzt habe ich schon tatsächlich keine steine mehr jetzt müssen wir uns um steine kümmern ich kümmere mich schon um steine gerade und die sonne geht unter ich habe schon 60 stück haben wir irgendwie eine möglichkeit zu schlafen geht ja sowieso nicht doch ich glaube das geht klar wir sind ja nur zwei ok dann können wir die nacht rüber ziehen oder was wenn das mit grüner wolle geht ja ja müssen wir zwei betten haben ja hast du holz ist das richtig dass der mond nur halb da ist ich wollte gerade sagen bei mir ist der auch irgendwie nur so halb interessant wo bist du denn jetzt da kommst du gerade warte ich möchte gerade sehen was möchtest du sehen das kann man im moment schlecht sehen weil der mond noch so tief ist in dem texture pack in dem shader pack weil da spiegelt sich das ja im wasser anders wieder als das oben ist ok so warte ach ich sehe gerade was ich habe ich habe noch ja man kann es doch mit grüner wolle machen das heißt das geht doch nicht das war falsch genau ich muss nur ins inventar und kann daraus das machen doch ich kann mich reinlegen in das eine kann ich mich aber nicht reinlegen mhm uch der das sieht so aus so jetzt ok komm ich rüber und dann wollen wir mal gucken ob das schlafen geht sollte eigentlich sieht so aus ha wunderbar ist das tag gut ok jetzt kann man das sehen im wasser ist es eine runde sonne und oben ist es eine eckige bei dir ja bei mir ich habe keine reflektion ich sehe das nicht durch den Ofen wird es aber auch heller ok ich glaube das müsstest du aber auch sehen weil das ist ja nur mit dem Licht was und Licht oh hier ist ein Hase ich habe noch genug Nahrung du lebst ich bin voll nett zu tieren ne mhm als ich es gesehen habe ich habe noch genug Nahrung habe ich ihn leben lassen vier oh was habe ich jetzt geschafft drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn zehn das müsste also das richtige sein oder na komm schon spring da hoch zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn passt so eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn jetzt habe ich eine Fackel weg gemacht jetzt ist es dunkel fünf sechs sieben acht neun zehn passt so ich bin hier so ein kleiner Gollum ich fühle mich wieder wohl nix hihihi der Stein muss da bleiben 10. Fast. Natürlich reingefallen in das Loch, ist klar. Wieder auf die alten Tricks reingefallen, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Passt. Der Baum steht im Weg. Super. Fäll ihn. Wir sind bei Minecraft. Okay. Nicht in irgendwelchen Spielen, wo das nicht geht. Gut, bei Minecraft muss man sich auch immer fragen, ob das überhaupt geht. Passt. Ja, ist jetzt halb so wild. Einfach aus dem Grunde wollte ich erstmal, ne? Aber. Ne, das ist der falsch, dieser Stein. Der muss schon wieder weg. Gut. Eins, zwei, drei, vier. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich glaube, wir haben gleichzeitig auch eine Katakombe in der Kirche. Ja? Ja, ich habe hier, glaube ich, eine Höhle gefunden. Das ist doch schön. Da kann man direkt einen Verlies raus machen. Genau. Oder? Ja, sieht genauso aus, dass es hier unten sowas auf jeden Fall in der Richtung gibt. Hier unten ist so ein kleines... Warte, mach mal. Kann man dann später ausbauen? Nein, ne, eine Katakombe, ne, oder? Ja. Was sind denn die ganzen... Eins, zwei, drei, vier... Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zum Glück ist der Baum daneben erstmal. Eins, zwei, drei, vier... Ich komme hier nicht hoch, weil der Baum mich stört. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Muss passen. So. Dass der hier nicht müde wird, wundert mich auch. So viel Stein bin ich schon abgeklopft. So, ein Feld. Zwei Felder. Hm. Das muss noch weiter nach hinten. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Gucken, ob das passt. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Passt. Ich komme mal wieder zurück. Ich schmelze mal wieder ein bisschen Stein. Ich muss auch Kohle finden. Also ist ein Megaprojekt, ne? Das ist klar, ne? Sieht man. So ein paar Pfeiler sind da schon gesetzt. Ja, das sind die Gewölbepfeiler, ne? Gut. Ähm. Ich muss jetzt nur noch fragen, wie wir Kohle kriegen. Weil in der Höhle war nicht so viel. So, ich nehme jetzt einen Stein. Mach die Brücke weiter. So, jetzt muss ich nur gerade überlegen. Ein Feld, zwei Felder, drei Felder. Passt. Hier muss doch irgendwo in der Dungeon sein. Eins, zwei. Ich habe nämlich gerade dieses Geräusch gehört. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Passt. Jetzt muss ich was essen. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Machst du dir einen Jump'n'Run? Sollte auch passen. Ja, das sieht so aus. Aber ich kann keine Jump'n'Runs. Wahrscheinlich geht der Sprung nicht mehr, aber ich versuche ihn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Passt. Ich glaube, da fehlt noch einer, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Kommt hin. Aber ich glaube, die Folge neigt sich auch wieder dem Ende zu. Ja, und ich glaube, das ist im Endeffekt schon das, was ich jetzt gerade aufgebaut habe, ist unser Grundriss in dem Sinne. Oder? Ja, man kann da so ein bisschen was erkennen, ne? Wer es weiß, wird es finden. Wir könnten ja auch so eine Tür, sag ich mal, machen, aus Holz, die, also mit Blöcken gebaut, also keine richtigen Türen, die dann sozusagen so eine Seite offen steht. Okay, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Zwei Türen übereinander geht leider nicht. Zwei Türen übereinander geht nicht. Nee, du kannst nicht unten und oben eine Tür machen, das meine ich jetzt damit. Doch, kann man. Echt? Dann weiß ich nicht wie. So, jetzt haben wir schon mal so eine Andeutung. Ach. So, letzter Stein verbraucht. Man kann sich jetzt vorstellen, wie das Gelände werden muss. Es stellt sich nur die Frage, ob wir nachher das... Wird das richtig so? Warte. Das geht und darüber jetzt eine, ne, meine ich, ne? Weißt du? Mhm. Das habe ich schon mal probiert, das hat bei mir nicht geklappt, aber vielleicht gibt es so eine Technik, die ich noch nicht kenne. Ach nee, man geht ja auch nicht mit Shift. Geht nicht, oder was? Nee, aber hier kannst du dich, sag ich mal, hochbacken. Du musst ducken, musst deine Tür nehmen, musst springen und die dann platzieren. Und dann, was ist dann? Dann steht man in der Luft, dann kannst du nochmal springen, dann bist du oben. Und dann kannst du die zweite machen, oder was? Nein, geht immer nicht, ne? Okay, das ist aber nicht schlimm, das kriegen wir dann hin. Ups, jetzt habe ich mir noch eine gemacht. Jo, da sind wir schon wieder ein kleines bisschen weiter mit unserem Kunstwerk, was es werden wird. Das ist natürlich nicht klein, das wird etwas größer. Ich fülle auch mal mit dem Stein nach. Wir müssen gucken, wie wir das dann nachher machen. Genau. Sind schon Steine wieder fertig gewesen? Ja. Okay. Hast du gesehen, wo die Katakomben sind? Beziehungsweise, ja, Katakomben nennt es sich, hier lang, ne? Warte, wo bist du? Achso. Hier, hier rein geht's und dann ist hier eine Katakombe in dem Sinne. Ah. Ich weiß nicht, wie weit es runter geht, da müsste man dann erst buddeln. Aber das würde ich jetzt nicht machen. Okay, gut, aber dann würde ich sagen, gehen wir hier zum Bett hin, oder? Ja. Und schließen die Folge hier ab. Genau. Gut, dann würde ich sagen... Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Tschüss.